Wenn man nichts verändert und dein Coaching macht und danach wieder vielleicht in alte Muster verfällt, ja dann endet man auch wieder bei seinem Ausgangsgewicht. Also es muss im Kopf auch Klick machen. Willkommen zu einem neuen Interview und heute zu Gast keine neue Person, sondern du warst schon mal hier. Erzähl am besten mal, wer du bist und wann du das letzte Mal hier warst. Ja, ich bin die Christine. Hallo. Ich war das letzte Mal da im November 2020 zum Interview. Ja, wir blenden das erst mal ein, das Video. Ich hatte damals am Anfang im Erstgespräch gesagt, es wäre schön, wenn ich die 60 wieder erreichen könnte. Dann hatten wir, glaube ich, das Ziel mit 57 ausgemacht. Da war ich auch schon so, ja okay. Und dass ich jetzt letztendlich das Ziel nochmal übertroffen habe und nochmal drunter gegangen bin, hätte ich niemals gedacht. Und vor allem, dass es ja trotzdem so leicht ging. Ich habe so viel gelernt, so viel habe ich in keinem anderen Programm bisher gelernt. Und das kann ich dauerhaft mitnehmen und deswegen glaube ich einfach, dass es diesmal funktioniert hat. Und dass ich dauerhaft mein Gewicht auch halten kann. Und jetzt haben wir, wo wir das Video aufnehmen, den 6. Mai. Das heißt, knapp anderthalb Jahre später bist du hier und wir werden mal über die vergangene Zeit sprechen, wie es dir quasi nach Ende des Coachings ergangen ist. Damals können wir ja die Daten einblenden, wie du da gestartet bist ursprünglich. Das heißt, du hattest jetzt keine 30, 40, 50 Kilo Übergewicht, aber hast rund about 15 Kilo so ungefähr verloren. Und meine erste Frage wäre, wie war es für dich so die ersten ein bis zwei Monate nach Ende des Coachings? War das komisch, ungewohnt? Ja, doch. Also es war ziemlich ungewohnt. Ich hatte die Anja damals ja noch dazu zu dir. Und ich hatte diesen WhatsApp-Kontakt, aber ich hatte es nicht jeden Tag irgendwie an ihr geschrieben. Sag mir mal, was kann ich machen, was muss ich tun? Sondern es lief ja dann irgendwann von alleine eigentlich. Und trotzdem war es dann komisch. Es war dann beendet und plötzlich stand ich dann da. Okay, jetzt muss ich das alles alleine tun. Und habe mich dann schon noch so strikt an meine Regeln gehalten. Habe alles immer schön mit meiner App getrackt und jeden Tag auf die Waage gestellt und geguckt. Ja, und es lief trotzdem. Und ja, ich habe mir dann trotzdem nochmal Gewicht verloren. Ja. Auch gar nicht bewusst, dass ich gesagt habe, ich will jetzt noch mehr Gewicht verlieren. Aber ja, ich habe dann doch nochmal ein tiefes Gewicht, hast du ja gesagt, bei 51,9. Okay, das heißt, du hast so auf Nummer sicher einfach erstmal alles so weiter gemacht, wie bisher, damit nichts schieflaufen kann. Ja. Wie war es dann, ich sage mal, ein halbes Jahr nach Ende des Coachings? Also war es so, dass du dann nach und nach lockerer wurdest, nicht mehr ganz alles so streng gesehen hast? Oder wie ist es, ich sage mal, das ganze Jahr 2021 dann gelaufen? Ja, also ich, bis März, April war ich schon noch sehr streng mit mir. Und dann wurde es auch lockerer. Also dann habe ich schon darauf geachtet. Ich habe auch weiterhin meine Kalorien getrackt. Aber ich habe dann trotz allem, also ich muss dazu sagen, ich habe wenig Kohlenhydrate gegessen während des Coachings. Was jetzt auch, was man jetzt nicht unbedingt, man muss ja keine Low Carb erführen. Man darf ja durchaus Kohlenhydrate essen. Aber ich habe es eigentlich nicht gebraucht. Und dann habe ich trotzdem angefangen, okay, jetzt bauchst du das mal ein bisschen wieder mehr ein und das ein bisschen mehr ein. Ja, und dann trinkt man halt da ein bisschen Wein und mal hier, geht man mal weg. Und war nicht mehr ganz so streng. Aber es lief trotzdem, also es lief trotzdem weiter. Und ich habe gemerkt, okay, es hat sich ein bisschen der Körper verändert. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, wie nach einer Diät, was ich damals gemacht habe, dass ich nach fünf Monaten wieder halt mein Ausgangsgewicht hatte, wie damals, wann habe ich angefangen? Juli 2020. Du warst ja im Prinzip nur vier Monate bei uns. Genau. Deswegen ging es eigentlich, während unserer Zusammenarbeit, eigentlich nur ums Gewicht verlieren. Ja. Und so das Gewicht halten hat man in der Theorie zwar grob erklärt, aber dazu kam es gar nicht unbedingt. Okay, das heißt, da hattest du eine kleine Herausforderung, was das Gewicht, beziehungsweise wie du da konkret vorgehen solltest. Ja, was muss ich tun, beziehungsweise wie verändert es sich, wenn ich den Sport mehr mit einbaue? Weil es, ich meine, ich war noch nie diese Sportskanone am Anfang, das weißt du. Also ich habe dieses Krafttraining, da habe ich echt lange gebraucht, bis ich da mal so ein bisschen den, dass ich da gesagt habe, okay, jetzt gehe ich. Und das kam erst im Nachhinein, dass ich gesagt habe, okay, es macht mir Spaß und ich gehe jetzt auch regelmäßiger. Ja, was muss ich dann jetzt hier verändern? Muss ich was verändern, ernährungstechnisch, vielleicht auch mit Muskelaufbau? Und das hat einem dann schon gefehlt. Da waren einfach vier Monate viel zu knapp. Was würdest du sagen, wie viel Prozent von dem, was du in der Zusammenarbeit, ich sag mal, gemacht hast, machst du jetzt noch? Von den Dingen in Sachen Ernährung, Aktivität? 80 Prozent auf jeden Fall, mache ich noch so. 80? Okay, 80 reichen anscheinend trotzdem sehr, sehr gut aus. Ja, ja. Also man muss was verändern, zwangsläufig. Wenn man nichts verändert und dein Coaching macht und danach wieder vielleicht in alte Muster verfällt, ja, dann endet man auch wieder bei seinem Ausgangsgewicht. Also es muss im Kopf auch Klick machen, dass man sagt ... Wie war das, oder hattest du dir dann, ich sag mal, die Zeit nach dem Coaching so vorgestellt, wie es jetzt so war? Oder hattest du am Anfang gar keine Vorstellung, wie es wohl nach dem Coaching ist? Ich hatte jetzt da nicht wirklich Vorstellungen, wie ich danach lebe. Also ich war da sehr unvoreingenommen. Ja. Nimmt das ganze Thema jetzt, ich sag mal, noch Zeit in Anspruch, dass du sagst, es ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich viel mit beschäftigen muss, was, ich sag mal, Zeit beansprucht? Oder ist es aktuell so, dass es quasi automatisiert abläuft? Wie ist es für dich aktuell? Auf jeden Fall nicht mehr so wie am Anfang. Am Anfang war es schon anstrengend. Die ersten zwei Wochen und ich bin auch so ein Extremer, ich brauche irgendwie einen Plan und ich muss mich daran halten. Und da war es ja auch so, nach zwei Wochen, dass man so ein bisschen rausgeht, dass man ein bisschen lockerer wird. Und jetzt ist es einfach, ich denke, klar, ich denke darüber nach, was esse ich, was brauche ich ein, aber es läuft. Also ja, es fragen mich teilweise echt viele, das ist immer so witzig, Mensch, Christine, du isst eine Pizza. Sag ich, ja, ich esse eine Pizza. Darfst du das? Sag ich. Jetzt immer noch? Ja, immer noch. Ach krass. Also gerade so auf der Arbeit, es nervt manchmal, es nervt tierisch, weil ich sag, ich darf alles essen und ich muss da jetzt nicht irgendwie drauf achten und es zu rechtfertigen. Manchmal nervt es schon extrem. Okay. War denn, ich sag mal, während des Coachings, ich weiß jetzt nicht, wie viele Personen davon wussten, aber war das so, dass da viele Skeptiker waren, die dann gesagt haben, oh Christina, du nimmst das Gewicht wieder zu oder schau, dass du da nicht im Jojo-Effekt kommst? Oder war das eigentlich gar nicht so? Nee, also es wussten schon einige, dass ich das mache, aber es war jetzt nicht so, dass die, ja, es gab schon so eine Person, wo dann ein bisschen kritisiert und gemeckert hat. Ich glaube aber auch, weil vielleicht dann teilweise auch so ein bisschen der Neid war, Mensch, das geht ja und was macht sie? Oh, die isst ja ständig so auf die Art und, ja, aber. Was würdest du sagen, was hat sich am meisten so in deinen Gewohnheiten verändert? Eher die Ernährung oder dein, ich sag mal, die Aktivität deines Alltags? Aktivität. Also ich mache deutlich mehr Sport wie vor dem Coaching. Und Ernährung? Ernährung auch, natürlich. Also das, ich kann jetzt nicht hier jeden Tag Fastfood essen. Dann hätte ich mir wieder so einen Ranzen. Aber, ähm, ich glaube, dass es bei mir trotz allem der Sport auch mit zusätzlich ist, dass, ja. Hm, hm. Ja, okay, am Anfang des Coachings wahrscheinlich eher weniger, aber jetzt wahrscheinlich umso mehr. Also jetzt, wo du mit dem Krafttraining nochmal zusätzlich angefangen hast. Es macht halt auch Spaß, Erfolg zu sehen. Es macht Spaß, wenn ich sehe, ach, da ist so ein bisschen der Muskel und, ach, hier sieht man was. Und, ja, deswegen mache ich es auch. Und es macht auch Spaß zu sehen, Mensch, ähm, die Schulterpresse habe ich am Anfang mit 15 Kilo gemacht, jetzt mache ich es mit 30 Kilo zum Teil. Auch wenn es nur ein paar Wiederholungen sind. Aber, ja. Wie lange gehst du jetzt schon konsequent zum Krafttraining? Naja, ich hatte letztes Jahr meine OP, dann hatte ich eine Pause und seit, es war ja nur ein kurzer Break, die Pause. Aber eigentlich seit Ende des Coachings. Seit November 2020, ja. Jetzt zwar nicht immer, dass ich sage, okay, dreimal die Woche, aber, ähm, da war es teilweise so, dass ich nur einmal in der Woche gegangen bin. Und jetzt gucke ich schon so, dass es, ähm, zweimal und wenn es gut läuft, auch ein drittes Mal, ähm, klappt. Gibt es aktuell noch Dinge, wo du, ich sage mal, Schwierigkeiten hast? In Bezug auf was? Auf die Ernährung? Auf das Thema eigener Körper, Wunschfigur, ob du sagst, oh, das und das fällt mir schwer, da muss ich mich immer zwingen, das umzusetzen? Oder, ähm, also umzusetzen eigentlich nicht, aber, ähm, es gibt, manchmal gibt es schon so Momente, wo ich dann denke, ah, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen zugenommen und da hat sich dann doch wieder was verändert. Aber, ähm, ich glaube, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ja, ja, okay, das ist auch tatsächlich sowas, ähm, das gab es bei dir, als du noch im Coaching warst, gab es dieses Kapitel, sage ich mal, noch nicht. Ähm, was wir aber auch immer sagen, das ist natürlich immer so eine, ja, ich sag mal, eine immer wiederkehrende Kontrolle ist, die man, äh, pflegen muss. Das heißt, dass man irgendwann wieder ein bisschen fahrlässig wird, da muss man es wieder ein bisschen korrigieren, ist wieder ein bisschen strenger, dann wird es irgendwann wieder fahrlässig nach einigen Monaten. Das heißt, dass man sich immer wieder selbst so ein bisschen wieder, wie soll ich sagen, manövrieren muss in die richtige Richtung quasi. Und deswegen schwankt das Gewicht immer so ein... So extrem ist das bei mir nicht. Es gibt immer mal wieder Tage, wo ich ein bisschen nachlässiger bin, wo einfach ein bisschen, ja, sich mehr gegönnt wird. Aber, dann denke ich mal an deine Aussage zurück, wenn 80 Prozent deiner Ernährung stimmen, dann sind die 20 Prozent, die vielleicht mal ein bisschen fahrlässiger sind, nicht entscheidend dafür, dass ich 15 Kilo mehr auf der Waage habe. Ja, ja, ja. Gut, mehr Fragen habe ich auch eigentlich gar nicht heute. War ein kurzes Interview, aber schön, dass du da warst. Ja, wir gehen jetzt noch mal gucken, wo wir essen gehen. Und vielleicht schaust du gerade zu und kennst dich auch wieder oder hattest bisher Zweifel, dass vielleicht unser Coaching nicht, ich sag mal, nachhaltig ist oder nur etwas ist, um für den nächsten Sommer fit zu sein und nicht für das ganze Leben. Dann hast du hier gerade ein gutes Gegenbeispiel gesehen. Und dann kannst du dich gerne bei uns auf ein kostenfreies Erstgespräch eintragen unter www.janbarmann.de. Und dann schauen wir uns auch mal deine Situation an und schauen, wie du über die nächsten 4, 6, 12, 24 Monate nachhaltig an deine Wunschfigur kommst. Danke fürs Zuhören und bis zu einer nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören und bis zu einer nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.